Ich habe einmal schon mal Golf gespielt, natürlich mit dem Golfschläger und ich habe halt gedacht, ob ich einfach auch ein paar Abschläge machen kann. Ich habe gesagt, ja klar, probiere es mal aus. Das habe ich das erste Mal gemacht und es macht total viel Spaß. Ich finde halt, der Vergleich zum Hockey ist halt da und deswegen interessiert mich auch diese Sportart und ich finde es toll, dass die Sportart jetzt auch olympisch geworden ist. Auch die verschiedenen Sportler, die zusammenkommen, es ist einfach großartig, auch da mal in den Kontakt zu treten und andere Sportart auch mal kennenzulernen. Für mich selber wäre es natürlich nach der Hockey-Karriere schon was Schönes, einfach da mal mich zu probieren und mal gucken, welche Möglichkeiten sich da ergeben. Macht sehr viel Spaß, könnte man öfter machen. Wir haben hier oben das erste Mal vor, wo ich heute arbeiten könnte. Wir sind die Böse, hier oben und bis zum Hockey-Karriere, die Böse hinzufinden, bis zum Hockey-Karriere, das bisschen hatte von Hockey-Karriere,